Buch So, da haben wir noch eine Schale. Ich glaube, wir müssen eher auf Respawn von den Schalen warten, wenn mich das nicht ganz täuscht. Oder nur, wenn man das in eine Gruppe macht. Das lese ich jetzt so dann doch nicht. Liebes Handy, lass mich in Ruhe. Hier ist keine Schale, ne? Ich glaube, hier, da ist noch genau einer versteckt. Wofür brauchen wir drei? Ich weiß noch, dass es zwei sind, aber... Also nicht der da vorne. Nehme ich einen hier. Ähm... Nehmen wir einmal kurz das Ding hier mit. Eine steht da hinten. Hier eine Truhe. Verscheidungsruhe. Oh, da gibt's auch eine Quest, aber ich lass mal. Hier gibt es halt auch keine. Hier wohl auch nicht. Ah, wir müssen weiter gar keine. Ah, irgendwie tut das jetzt halt heute weh. Auf dem Kopf. So. Wir müssen... Da gibt's noch eine, da müssen wir jetzt was anderes tun, ne? Krall ist in Ruhe. Wir gehen einfach mal weiter und gucken mal so ein bisschen rum, was uns erwartet. Das werden wir aber gleich in den Räumen nicht so machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Na gut, die können wir ja dazu nehmen. Aber die Räume werden um einige schwieriger werden. Und wir müssen noch aufpassen, dass unsere AEs nicht durch die Wände durchgehen und die aus den anderen Räumen holen. Weil das wäre gar nicht gut und nett und schön und so weiter. Das ist noch so viel Leben, aber wieso denn? Du aber auch. Aber nicht mehr lange. Aber zufällig irgendwie noch was hier. Warte mal, was haben wir da? Können wir auch noch einwenden. Haben wir schon, haben wir schon. Haben wir auch, haben wir auch. Ach, brauchen wir ja gar nicht mehr. Die Quest hatten wir abgeschlossen. Das war ja für die Erbe gewesen. So, mal gucken. Ach, das ist die Kaserne hier. Okay, normalerweise gehe ich immer anders rum. Aber keine Ahnung, warum ich das jetzt so rumgemacht habe. Findet das nächste Kapitel der Verborgenen. Sieht nicht so aus, als wenn hier noch eins wäre. Nein, nicht gerade irgendwas von wegen, so viele nehme ich nicht mehr. Hoffen wir mal das Beste. Oh Gottes Willen. Unser Söldner. Unser Söldner. Ach, da ist auch noch so ein 3-Up dabei. Das kann ja eigentlich nichts mehr werden. Oder? Wir hoffen mal darauf, was unser Söldner kann. Oh, das ist so laut auf den Ohren. Wenn die da alle von den Krankheiten gefallen werden. Jetzt ist es aber durchaus doch noch machbar. Nimmt mich hier jemanden mal wieder hier ins Target? Danke. Das Problem ist, dass die alle auch noch ein Söldner mit einprügeln. Und dadurch verliert er nämlich auch Leben. Und muss sich teilweise auch heilen. Oh ja. Oh, ist ja schön reich. Okay, wir gehen mal ein Stück weiter. Und da finden wir wieder was. Können wir direkt mitnehmen. Okay. Und die sind auch weg. Unser Söldner haut da drauf. Dann nehmen wir den Encounter, für den wir aber gerade kein Spell abhaben. Wie das ja auch so sein muss, ne? Geht's uns ja nicht. So, den noch aufgesammelt. Und dann geht es direkt weiter in den nächsten Raum. Das sind Riesen-Encounter. Das ist doch famos. Dann können wir die direkt hier nehmen. Oh, das waren zwei. Aber das macht ja mal gar nichts. Wo ist denn der andere Typ eigentlich? Also, die anderen Bilder. Die anderen bleiben alle brav sitzen. Ja, dann. Aber hier müsste auch noch ein Name erscheinen. Ich denke mal, wenn man jetzt hier das Ring-Event durchgemacht hat. Eigentlich müsste ich jetzt erreichen und lasst mich doch mal hier los. Ziel nicht sichtbar. Ja, solche Encounter könnte man eigentlich immer haben, ne? Die sind echt gut. Und Knochen. Und dann haben wir noch ein Fair für die Quest. Und dann empfehlen wir uns nur noch ein Horn. Und bieten einen Runner. Ich denke mal, das war das gewesen. Ich gehe jetzt hier. Oh. Hä? Kommt der angeflogen? Fliegt der wieder weg? Na, jetzt ist er wieder da. Was willst du, du? Verstehe ich gerade nicht. Ich muss mal gleich mal gucken, ob da jetzt ein Name erschienen ist. Steht da oben drauf wieder jemand? Nee. Steht keiner. Können wir. Dann können wir weitergehen. Da haben wir unser letztes Teil. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Anfang. Weiter haben wir noch die Ecke und die Ecke da oben. Und können dann mal unterbrechen, würde ich sagen. Dann darf das nicht geben. Dann darf es gehen. Dann darf es gehen. Dann darf es gehen. So, ich gehe jetzt hier in den nächsten Raum rein, der muss ein bisschen voller gepackt sein, oder? Hier sehe ich auch kein Bild. Da ist ein Name-It, okay. Und hier drin habe ich sogar zwei. Ja, die könnten wir ja eigentlich mal mitnehmen. Jetzt kippt doch einfach mal. So. So, die hier. Ja, und dann kriegen wir das ja wahrscheinlich so nicht weg, ohne den Name zu pullen. Aber wie hartnäckig immer diese Einzelfiecher sind, ne? Ich meine, meine Gruppe müssen noch stärker sein. Warum sind sie dann schwächer? Na ja. Huch. Irgendwas passt hier kameratechnisch aber nicht so ganz, ne? Na ja, gut. Äh, holen wir mal den. Oh doch. Der kommt nahezu alleine. Können wir mal unsere Helden-Chanks wieder ausnutzen? Vielleicht bringt die was. Ja doch. Auch ein Etwas bringt was. Und wir haben einen neuen alternativen Erfahrungspunkt. Und so soll's sein. Aha. So. Dann... Warte, ich die in der Weiten. Zehn. Ja, das sind jetzt... So. Brauchen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Du kommst mit. Falls du willst noch den anderen Name mit... Uuuh. Du kommst mit, du kommst mit.